What up, what up, what up, what up. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf den Kanal. Heute spielt ein Fortnite, Death Run, wer da zu go in, lass uns, lass uns. Mit dabei ist Odoman Piguet. Das war die Kacke. Nein. Obwohl, eigentlich kann ich ein bisschen Hunger aus sein. Freunde, wir machen heute, wir spielen Death Runs. Zwei Stück. Ihr müsst entscheiden in den Kommentaren, wer gewinnt. Ich habe einen ausgesucht, Odoman hat einen ausgesucht. Odoman hat den gerade schon reingepackt, deswegen habe ich mich umgedreht, damit ich nicht sehe, welche das ist. Weil das muss alles ein bisschen überraschungsmäßig sein. Odoman, wir drehen uns jetzt um, ich bin gespannt. Okay, los. Was ist das? ergibt Deathrun. Okay, kenn ich nicht, Freunde. Odom hat schon einen gefunden, aber das Ding ist mein Kammer nicht schlagen. Sofort wisst du warum. Auf was für Kriterien gucken wir denn? Auf Spaß? Wir gucken auf Spaß, Thema. Wir können auch eine Note mit einbeziehen, wie er gebaut ist. Aber da gewinnst du safe. Sag dir, der ist auf jeden Fall krass. Und wo bist du? Wo bist du? Achso, hier. Ich bin hier hinten. Wie cool. Cool, man muss erst mal 30 Kilometer laufen. Voll cool. Digga, hä, das ist cool. Macht richtig Bock, Freunde. Hallo, du sollst ein bisschen genießen, du 31er. Wenn euch das gerade auslaufen gefällt, immer gerne einen Like da lassen. This map was made by my one person. Okay, okay, Respektpunkte hat er schon mal. Respektpunkte. Er hat das alleine gemacht. Level 1. Ich dachte, hä, da Level und da 1. Okay. Und das ist der erste Tod von Odomann, Freunde. So wie man es kennt. Bist du gestorben? Nein, bin ich nicht, aufzulügen. Ey, wenn wir jetzt wieder da ganz hinten spawnen, dann raste ich aus. Nein, nein. Nein, okay. Wirklich nicht, Digga. Sehr gut. Ich würde sagen, wir testen beide so 6, 7 Minuten lang. Kommt doch an, wie weit wir kommen. Ja, Digga, Level 1, 2. Ja, macht richtig Bock, Odomann. Der ist richtig spaßig, André. Aber eigentlich ist es nicht schwer. Was machen wir da? Oh yeah, I got him. Ich schaff diesen Sprung auf den Tod. Boah, Mann, ich hab den nächsten Sprung verkackt. Digga, was ist das? Ich wollte dich noch hauen, Digga. Warum bist du so? Es ist schon schwer und er nervt mich noch, Freund. Äh, Digga. Gönn ich dir. Hä? Es ist rundum als schwer. Hä? Okay. Oh yeah. Warum springe ich schon? Ich bin so ein dummer Affe, Digga. Mir fällt es jedes Mal, in jedem Video, Freunde, ich weiß nicht, wie viele Videos, 350 Videos oder so, in jedem fällt mir auf, was wie dumm ich eigentlich bin. Ich hätte fast den Neo geschafft. Oh, hast du nicht. Okay, Neo-Jump, bitte. Oh yeah, I got it. Nein. Oh. Okay, Odomann. Bis jetzt hast du sehr gut ausgewählt, aber vielleicht ist Level 2 ja einfacher. Was ich schwer bezweifle. Hä? Digga, sag nicht, man muss auf diesen... Einfach hier rauf. Ja. Odomann, ich sag das einfach jetzt. Ab jetzt. Ey. Auf das Holz rauf. Digga, der ist ein Holzfetischist. Er steht auf Holz. Schön, ey. Ist so. Es ist doch nicht einfach. Ja, Digga. Was hab ich da ausgesucht? Warte mal, Odomann, ich kann dir häseln, Digga. Ich hasse mich selber. Nicht mehr. Du musst nur in die Hütte. Wo ist es? Von da wird es nix, Digga. Okay, okay, warte, warte, warte. Du weißt es. Von hier? Noch ein weiter. Schaffst du das? Oh, nee. Tu's. Ich hab's. Okay, jetzt, ich schmeiß das Ding so, dass du direkt laufen musst und springen. Okay. Komm rüber. Ah! Oh, ey. Nochmal, 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 nochmal. Oh, wie traurig. Warte, ich hole noch mehr Impuls. Du kannst sie nicht droppen? Ich kann sie nicht droppen. Warte, 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 warte. Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen, Odomann. Versuch schon mal da rauszujumpen. Drei, zwei, eins, go. Oh, 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 oh. Oh, ja. Digga, du musst hier, warte, bleib da, bleib da. Ich bleib hier, ich bleib hier. Ich hole noch, ich hole den Impuls. Okay. Rindexaktion von irgendeinem Dings, Digga. Ochse oder so. Biber. Es ist halt ehrlich so, die so stecken bleiben im Sumpf, ne? Ich schwöre. Okay. Drei, zwei, eins, go. Oh. Ja. Ich hab's geschafft, Odomann. Beste, Deathrond Map ever, Freunde. Let's go. Komm mal, hier sind die Impuls. Ich bin schon zehn Minuten hier, André. Digga, warte, warte, warte. Du musst jetzt hier rauf. Und dann da rauf. Und das, der eine Sprung ist schwer. Der Sprung hier. Ich bin so dumm. Wir machen das ohne das Holz, Freunde. Auf Ehrenbasis. Oh, wow. Andrizzle hat das geschivelt. Hä? Er sagt irgendwas mit Jumpen, mit Impulsen einfach rüber. Ohne mal, wenn du gut bist, dann nimm sechs Stück mit. Ja. Oh, yeah. Tu es. Ja. Mashallah, Digga, tu es. Oh, Mann. Soll ich schon mal weitermachen? Ja, mach weiter. Okay, Freunde, wir machen schon mal weiter. Oh, wir brauchen noch ein bisschen. Don't worry, it's the only puzzle in the map, but I made it extra hard. Oh, Digga, dein Ernst? Er hat jetzt auch noch so ein Puzzle gemacht, Digga. Warte mal. Äh. Freunde, ich würde sagen, wir gehen in Main rein. Ich glaube, hier werden wir keinen Spaß haben. Ja, bitte, Digga. Bitte, Andri. Ihr könnt gerne mal eine Note von fünf bis sechs reinschreiben. Und wir gehen in Main. Der wird richtig geil, Digga. Ja! What? Oh, okay. Da kam kurz ein bisschen mit hoch. Ii, Alter. Warte, schreibt mal rein, ob ihr das kennt, Digga. Ekelhaft. Welcome to the food defense. Oh, ist das sauer, Digga. Ii, Alter, du Widerlinge. Okay, wir gehen direkt rein. Food defense, Digga. Let's go. Oh, oh. Ghost pepper, Digga. Digga, ghost pepper, man sieht Schwanz. Ich schwöre, man sieht gar... Ach, nee, ich hasse sowas, Freunde. Ich bin Nachtblind, Digga. Ich sehe gar nichts. Grapes, Digga. Hier, Trauben, Digga. Oh, ja. Das ist ja auch so ein Kackhaufen. Oh, mein Gott. Man sieht einfach gar nichts an drauf dem Boden, ne? Ja, das hat er extra gemacht. Hä, er macht viereckige Blöcke und nennt einfach Grapefruits, Digga. Richtig auch, du Mann. Okay. Ey, ich bin bei Ravioli. Oh, nein, Digga, ich bin runtergefallen. Aber vor allem. Oh, du Fettsack, Digga. Schreibt mal. Aber weißt du, was geil ist? Dass wenn man runterfällt, Digga. Ja. Dass man nicht stirbt. Das mag ich auch echt. Also. Wo ist du Fettsack? Man skippt einen, weil man faul ist? Ja. Ravioli. Ravioli. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Junge. Man kann sich nicht mehr aufregen, weil man gleich wieder da ist. Tu's, oder? Tu's. Ich habe es. Ich habe es. Schokolade. Ja. Äh, Impuls. Ah, wir müssen uns Impuls. Okay, mach, mach, mach. Nice. Easy first try. Easy, Bruder. Und ich bin zu weit geflogen. Ich mache das auf klüger. Ich spring von hier einfach schon. Okay, Odo, man hat mich richtig gejumpst. Man schafft es doch so. Du hast mich unnormal gejumpst. Hä, warum? Ich habe gerade Impuls gemacht. In der Zeit hast du auch Impuls gemacht und mich wieder weggehauen. Lol. Guck, ich mache es hier. Von hier einfach. Schaust du nicht. Enchalade. Oh, yeah. Oh, yeah. Schaust du nicht. Dorito. Buton. Ey, Shotgun. Egal, ich mache mit Schwitzhacke. Hör auf. Oh, mein Gott. Wieso immer beim letzten? Okay. Ich muss sagen, der Death Run ist auch gut behindert. Aber ist auf jeden Fall besser als Odomans. Oh, schnöre. Guck dir mal die Bananas an, Digger. Bananas. Okay, man sieht gar nichts, André. Sorry, gell? Verpiss dich. Digger, die Bananas sehen zu krass aus, Digger. Ach, nee. Was soll man denn hier machen? Nein. Keine Momentums, Digger. Oh, mein Nee. Ich skipp das Level. Schau, wir sehen uns. Das kann gar nicht funktionieren. Was ist das jetzt? Okay, wir müssen immer raten. Oh, du, Mann. Candy Corn. Ähm, ja. Oh, ja. Ach, nee. Warum bist du so? Hä, ich bin wieder beim Banane Level. Warte mal. Wo kriegt man denn hier Impuls? Geht da drauf, hier. Barats. Baraats. Warte, 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 geh weg. Ja, Baraats, mach du. Digga, aber der ist. Iiiiiiiiih. Harte, ich habe nicht genug Impuls. Jogi, was bist du so? Geh doch weg von mir. Geh du doch weg von mir. Oh, mein Gott. Man muss voll die Noob-Impuls machen. Deswegen sagt Odeman auch der ist easy. Oh, mein Gott. Ich habe gleich das zweite Level-Übersprung. Wie? LOL. Ich bin jetzt bei Sticky Bubble Goom. Hä? Warum hast du das übersprungen? Weil ich bin einfach da mit Eis direkt. Oh, ja, mach ich auf. Tu es. Oh Gott. Ich bin in einer unendlichen Schleife. Okay, doch nicht. Digga. Komm schon. Adrien, komm rein. Es ist todes schwer mit Pommes an den Füßen. Okay, sie sind weg, endlich. Junge, ich komme nicht auf diesen schwarzen Block. Jetzt. Oh, das sind Erdbeers. Das sind, das ist Wassermelode, du schwarst. Ja, stimmt. Du Idiot. Dicky Bubblegum. Oh, yeah. Dicky Bubblegum. Oh, Digga, dein Ernst. Iiiiiiiih. Ich hasse das unnormal. Gravitation. Gravitation. Wie ohne man sich fühlt, wenn er ein Wort sagt, was so lateinisch ist. Lateinisch? Glateinisch. Glateinisch. Glatineisch. Glatineisch. Burny Hot Chocolate Cookies. Ah. Ah, das bürt voll an den Füßen. Ah, Digga, an meinen Schworn. Das ist immer, wenn ich... Ah. Ich habe gewonnen. Ah, nee. Ich habe gewonnen. Cherries. Digga, warum sind die so dunkel? Cherry, cherry, lady. André, gib mir ein Baby. Du hast drei Füße. Schrei doch nicht so. Ah. Okay, so war ich besser. Ich bin jetzt besser. Sausage McGriddles. Was sind McGriddles, Lan? Weiß ich nicht, Lan? Bin ich Fett, Fettman? Ey, McGriddles sind so Sachen, die gibt es nur in Amerika, Freunde. Safe. Ist so. Hot Chocolate. Ah, muss man aber schon wieder burnen. Seine Füße. Ah, nee. Oh, das ist ein geiles Level, feiere ich. Ey, André, ich habe den letzten Jump nicht geschafft, Digga. Dieses Kirschen-Level hat mich gekirscht, ey. Oh, ja, ja, ja. Okay, jetzt sind wir bei Bananen. Äh, bei, ähm, wie heißen diese Dinger? Erdbeeren. Bananen, Digga. Das ist Melone, du Spast. Oh, ich bin runtergefallen. Äh, ja, Freunde, der Derson ist todeslangweilig, aber er macht wenigstens Spaß. Ja. Also, von mir aus würde ich sagen, ich habe gewonnen. Ja, André, von mir aus auch. Avocado, yeah. Springen, André. Und spring, André. Oh, das macht so Spaß, Freunde. Oh, mein Gott, lol. Roflix D und ich bin hier zum 80. Mal runtergefallen. Und ich bin runtergefallen. Freunde, die waren beide irgendwie scheiße, muss ich sagen. Die waren echt beide scheiße. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Like da. Und ja, ich würde sagen, gebt gerne meinen Credit-Code ein. A, André, ist dann ein T oder O, du mal Piqué. Und ich würde sagen, wir sind mit mir vor. Ciao. Darberries. Yeah.